Moin, wir sehen uns heute an, wie man lineare Gleichungssysteme mit GeoGebra CAS löst. Dazu habe ich auf der rechten Seite ein 3x3 lineares Gleichungssystem mitgebracht, in grün einmal in der Gleichungsschreibweise und in blau in der Matrixschreibweise. Das ist auch das einzig Sinnvolle, wofür wir den Taschenrechner nehmen, denn wenn es einfachere Gleichungen sind, einfach per Hand rechnen. Dann vielleicht mal eine Nebenrechnung so machen, aber da lohnt sich der Aufwand eigentlich nicht, das einzutippen. 2x2 lineares Gleichungssystem, einfach Kramersche regelfertig, Ende. Hier lohnt es sich durchaus. Das werden wir gleich sehen. Wir kriegen nicht allzu schöne Ergebnisse und die dann immer überall einzusetzen, da ist der Taschenrechner schon ganz gut. Ja, und natürlich auch für höhere, 4x4 und so weiter, aber das kommt ja in der Regel sehr selten vor. Ja, wie geben wir das ein? Als erstes die Gleichungsvariante. Dabei definieren wir die drei Gleichungen. Wir könnten denen jetzt wie in der Schule schöne Namen geben, G1, G2 und so weiter. Das machen wir aber nicht. Denn bei GeoGebra kämpfen wir immer gegen die vier Tastaturen. Also wir haben hier unten einmal Zahlen, wir haben Funktionen, wir haben Buchstaben und wir haben Sonderzeichen. Und es ist irgendwie auch nicht so wirklich konsistent sortiert. Also man muss immer irgendwo suchen. Von daher umso kürzer, umso besser. Ja, und das heißt für uns folgendes. Wir nennen die ganzen einfach A, A, B, B und C, C. Warum nicht A, B, C? Naja, einzelne Buchstaben kommen bei Gleichung gerne auch mal als Parameter oder Variablen oder irgendwie einfach zum Spaß vor. Aber daher irgendwas nehmen, das nicht typisch ist. Doppelvariablen, ja, A, A, das gibt es so typischerweise nicht, bieten sich hier also an. Ja, und wie machen wir das jetzt? Wir beginnen mit einem Doppelpunkt. Eigentlich definiert man ja mit Doppelpunkt gleich, aber bei GeoGebra reicht ja auch einfach der Doppelpunkt. Das heißt also, A, A ist, und jetzt schreiben wir einfach ab, 3x plus 3y und schon für das Z müssen wir jetzt einmal wechseln. Minus Z zurück ist gleich 5 und dann Enter. Und wenn da kein Fehler steht, dann haben wir es offensichtlich richtig definiert. Ja, dasselbe mit B. B, 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 wird definiert als, und da haben wir 4x plus 5y plus z, so da, und das Ganze ist minus 1. Und als letztes CC, das definieren wir als 2x minus 5y. y plus 7z, da, und das ist 9. Ihr wart jetzt beim Mitmachen und Aufschreiben hoffentlich schneller als ich, denn das muss man einfach viel üben, dann ist man da sicherlich drinnen, und ja, dann könnt ihr das. Wir brauchen offensichtlich hier keinen Graphen, also können wir das hier hochschieben, dann haben wir einfach bei GeoGebra ein bisschen mehr Platz, sehen alles hier, wunderbar. Wir haben jetzt also alle 3 definiert, wir können auch mal draufschauen, ob es richtig ist, sieht okay aus, und damit kommt der nächste Schritt, jetzt wollen wir das Ganze natürlich lösen. Der Befehl verlösen ist offensichtlich löse, löse, und das wird dann auch schon vorgeschlagen. Wir nehmen gerne den Vorschlag, dann sagt er uns nämlich, was wir reinschreiben müssen, sonst kann man das natürlich auch auswendig lernen. Wir haben hier eine Liste von Gleichungen und eine Liste von Variablen. Ja, und wenn da Liste steht, bedeutet das, dass wir die Mengenklammer verwenden müssen. Also Mengenklammer auf, und jetzt unsere ganzen Gleichungen rein, a, a, b, b und c, c. Dann gehen wir unten dahin, wo nochmal Liste steht. Jetzt kommen die Variablen, die wir verwendet haben, auch als Liste, also nochmal eine Mengenklammer. Ja, und da haben wir x, y und z. x, y und z. Und das war es auch schon. Jetzt einmal auf Enter. Oh, und da sehen wir doch nette Lösungen. Okay, haben wir irgendwas falsch gemacht? Ich dachte, es wäre extra ein Beispiel für eine ganz fiese Aufgabe. Aber gut, wenn der Taschenrechner sagt, da kommt doch was Schönes raus, dann akzeptieren wir das natürlich. Schöne Lösungen freuen uns ja in der Regel. 2 minus 3, 4, das klingt auch irgendwie richtig. Gut, aber man sieht hier auch schon auf der anderen Seite, ja, hier kann ich schön addieren, da fallen wohl Sachen weg. Einfach zum Testen mal selber probieren. Okay, so ging das also jetzt mit dem Gauss-Verfahren. Ohne Gauss, sondern mit Taschenrechner. Manche Sachen bieten sich natürlich auch an als Matrix. Da kann man hier aber nicht diese schöne Lösungsmatrix eingeben, sondern das, was wir bei GeoGebra können, ist nur dieser Teil. Das können wir schön definieren. Und das machen wir auch mal. Da nehmen wir ganz klassisch einen Großbuchstaben, Doppelpunkt. Und jetzt geht das so. Bei GeoGebra definieren wir die einzelnen Zeilen. Und das Ganze sind in der Matrix immer Mengen. Wir haben also eine Menge, müssen wir Menge auf. Das wird jetzt die Matrix. Und in der Matrix haben wir die erste Spalte. Das ist die erste Mengenklammer. Und da kommt jetzt also rein 3, 3, minus 1. 3, 3, minus 1. Ein Feld nach rechts, Komma. Und die nächste Mengenklammer auf. Das ist jetzt also die zweite Reihe. Da haben wir 4, 5, 1. 4, 5 und 1. Okay, ein Feld nach rechts, Komma. Und die letzte. Da haben wir 2. Oh, wir müssen natürlich noch eine Mengenklammer setzen, die es irgendwo gibt. So, Menge. Da haben wir 2, minus 5 und 7. Alles klar. Das Ganze mal mit Enter eingegeben. Und das sieht natürlich von der Optik jetzt einfach mal ein bisschen ansprechender aus. Der große Vorteil ist, wir können schöner vergleichen, ob wir es richtig eingegeben haben. Also wir sehen hier auf mit einem, vielleicht mit zwei Blicken. Das stimmt. Das ist richtig eingegeben. Lässt sich einfach besser anschauen. Ja, und wofür können wir das nutzen? Leider nicht für allzu viel. Also klar, wir könnten jetzt noch mit Vektorrechnung hier natürlich das auch lösen. Aber wofür das ja eigentlich spannend ist, ist die Determinante. Und das können wir natürlich einfach mal machen, indem wir hier sagen, wir hätten gerne die Determinante von der Matrix A. Ja, einmal Enter. Und da haben wir 72. Wunderbar. Und jetzt könnten wir mit der Kramerschen Regel natürlich die Unterdeterminanten ausrechnen. Und ja, dann entsprechend rausfinden, was x, y und z sind. Können wir an einer Stelle mal machen. Denn sobald wir die erste Matrix haben, wird das Ganze ein bisschen schöner. Wir können jetzt nämlich hinter A auf die drei Punkte klicken und sagen, wir möchten einmal die Eingabe duplizieren. Und dann haben wir direkt eine Matrix in der Matrix-Schreibweise. Ja, und bei, jetzt nutzen wir die Kramersche Regel und spielen einmal hier Sarü, nur eben mit dem Rechner. Ja, das heißt, in der ersten Spalte, da wird jetzt die Lösungsspalte eingesetzt. Und das heißt, ich klicke hier einfach mal hin und sage, ich hätte dort gerne eine 5. Und unten drunter hätte ich gerne eine minus 1. Und dort noch eine 9. Und ja, das ist jetzt vielleicht mein Groß B. So, definieren wir ruhig noch. Ich könnte das auch in einem Schritt machen, aber lieber immer Zwischenschritte. Ja, schadet ja auch keinem. Jetzt habe ich also mein B definiert und kann jetzt mal meine Unterdeterminante berechnen, indem ich einfach eingebe, ich hätte gerne die Determinante von meinem B. Und da bekomme ich 288. Sieht gut aus, aber wenn wir jetzt ganz sicher gehen wollten, könnten wir jetzt noch Determinante von B durch Determinante von A definieren. Aber wir können jetzt einfach mal sagen, was ist denn 288 geteilt durch 72? Und da kommt tatsächlich 4 raus. Also sonst noch mal gerne anschauen. Kramersche Regel zusammen mit Saru. Letztes Video von mir, auch als Erklärung. Ja, und so könnten wir jetzt hier Kramer Schritt für Schritt durchgehen, um vielleicht die Zwischenergebnisse zu kontrollieren. Wenn wir einfach nur die Lösung wollen, dann ist es auf jeden Fall das Einfachste, wie oben gesehen, die Gleichungen der Reihe nach reinzuhämmern und dann das Ganze einfach mal zu lösen. Wenn man noch ein bisschen rumspielen möchte oder wenn man wissen will, ob das Gleichungssystem überhaupt lösbar ist, dann ist es sinnvoll, sich die Determinante anzuschauen. Und wir haben ja gesehen, die Hauptdeterminante, also die von A, ist 72. Die ist offensichtlich nicht 0. Und damit wissen wir, alles klar, das Gleichungssystem ist tatsächlich lösbar. Ja, soviel zu GeoGebra. Mehr lässt sich hier auch nicht groß machen. Und damit noch einen schönen Tag.